Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ey, es ist gerade 1.36 Uhr, ich wollte eigentlich schon längst schlafen gehen, aber ich wurde tatsächlich wach gehalten, weil ich ein ganz, ganz großes Problem habe. Und zwar wird meine private Handynummer auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Wie komme ich da drauf? Also als allererstes, Freunde, ich werde gleich probieren, bevor mein Video online geht. Also wenn dieses Video online geht, dann ist die Anzeige hoffentlich dann schon offline. Ich habe auch schon den eBay-Support kontaktiert. Ich werde aber auch gleich dann den Verkäufer kontaktieren und einfach mal gucken, was er schreibt. Aber was ist denn überhaupt passiert? Also, ich blende euch hier mal gerade einen Screenshot ein. Ich wurde tatsächlich um 1.04 Uhr von einer Handynummer angerufen, die ich nicht eingespeichert habe. Die ist jetzt natürlich hier zensiert. Ist es ein Zufall, als ich jetzt reingegangen bin? Ich dachte irgendwie, ja, es ist vielleicht, keine Ahnung, ein Kollege, den ich vergessen habe einzuspeichern oder so. Und ich gehe ans Telefon ran und höre eine Kids-Stimme, beziehungsweise eine Stimme von einem jüngeren Jungen. Und der sagt so, jo, Kevin, bist du es wirklich? Und ich sage, ja, wer bist du denn? Und er sagt, oha, es hat geklappt. Und ich sage so, hä, was hat denn geklappt? Leider habe ich das Ganze natürlich nicht aufgenommen. Und er sagt, ja, ich habe heute, beziehungsweise gerade eben, deine Nummer bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Und ich denke so, was? Und er so, ja, ich habe mich voll gefreut, dass man deine Nummer dort kaufen kann. Ich habe da auch sehr viel Geld für bezahlt. Können wir mal Broices zusammenspielen und können wir auf WhatsApp schreiben? Und ich dachte mir im ersten Moment, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Ist es jetzt hier irgendein Prank von Pukki, von Lukas, von Marvin? Haben die irgendwie ein Nachbarskind, ein Cousin oder sowas angerufen? Oder hat denen meine Nummer gegeben und gesagt, ich soll das machen? Ich dachte erst mal, okay, ich gehe auf die Sache drauf ein, ist eh safe ein Prank. Und ich sage, yo, schick mir mal bitte die Anzeige, die du gefunden hast bei Ebay Kleinanzeigen. Schick mir die doch mal einfach in WhatsApp. Und er hat mir die Anzeige geschickt. Und ich gucke mir die Anzeige an. Und ich sage so zu ihm, was hat er dir denn dann für Screenshots geschickt? Also, wie hat er dir die Nummer gegeben? Und er sagt so, ja, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe ihn dann bezahlt per PayPal. Und dann hat er mir einen Screenshot geschickt, den seht ihr jetzt hier mal kurz eingeblendet. Das ist wirklich meine private Nummer jetzt natürlich hier zensiert, die er dann zugeschickt bekommen hat. Und ich habe ihn dann gefragt, woher die Person mich denn kennt. Also, was das für eine Person ist, weshalb die meine Nummer hat. Und er sagt so, ja, er hat gesagt, er kennt dich aus dem Fußballverein. Ihr habt damals bei... Ihr habt es jetzt hier zensiert gehört, ja. Und ich kann euch eins versichern. Ähm... Den Verein kennt keiner der Jungs. Also, ich bin wirklich jetzt der größte Lostie. Vielleicht laufe ich auch wieder in irgendeine Falle rein. Aber ich habe zwar mal irgendwie nebenbei mit den Jungs darüber gesprochen, dass ich auch mal Fußball gespielt habe. Aber ich habe nie erwähnt, in welchem Verein ich gespielt habe. Geschweige denn, ähm, wie lange ich gespielt habe, wann das... wie lange das her ist und so weiter. Also, das ist eine Information, die sowohl Puki, Lukas, Marvin und auch kein anderer YouTuber haben kann. Und dann dachte ich so, scheiße. Übrigens, ich will nochmal kurz erwähnen, ich werde auch meinen Fußballverein kontaktieren. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Wirklich. Ich... ich weiß es nicht. Irgendjemand, der mir schaden will. Irgendjemand, der auf meinen Nacken, auf meine Privatsphäre Geld verdienen will. Und ich habe euch noch nicht gesagt, wie viel. Ich zeige euch jetzt mich einmal ganz kurz die Anzeige. Okay, Leute. Wir sind jetzt bei der Anzeige. Also, die wurde tatsächlich online gestellt am 23.05.2022 aus Bremen-Mitte. Hat schon 123 Anzeigen. Und der Dude, der das Ganze online gestellt hat, ist Mike Meier. Der hat hier eine Anzeige online und das ist auch die Anzeige von mir. Die ist seit 23.05.22 Uhr hier drin. Der hatte 45 gesamte Anzeigen und ansonsten diese eine Anzeige online. Aber, Kevin, was steht in der Anzeige drin? Wie viel kostet die? Okay, also, wir scrollen mal ein bisschen runter. Und ihr seht hier, Clash Games ist der beste YouTuber. Wenn du ihn gerne kennenlernen möchtest und ihn kontaktieren willst, schreib mir gerne. Ausführzeichen ZwinkerSmiley. Ich weiß sehr viel über ihn. Wir können uns ja gerne austauschen. Bin ein privater Freund von ihm und kenne ihn schon fünf Jahre. Wirkt erstmal relativ harmlos, diese Anzeige. Wenn man sich jetzt auch mal den Preis anguckt, den seht ihr jetzt einmal eingeblendet, beziehungsweise seht ihr jetzt hier einmal unzensiert. 700 Euro Verhandlungsbasis. Das heißt, hier ist irgendein Dude, mit dem ich mal Fußball gespielt habe oder der mich über irgendwelche X-Ecken kennt. Keine Ahnung, ob das mit Fußball denn richtig war. Aber der Verein war richtig, der gesagt wurde. Verkauft hier meine private Handynummer für 700 Euro auf Ebay Kleinanzeigen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wirklich. Ich kann euch nicht sagen, was ich dazu sagen soll. Wir werden den jetzt mal anschreiben. Er ist jetzt 1.47 Uhr. Ich denke zwar nicht, dass der antworten wird. Kann sein, muss nicht sein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und wir schreiben jetzt mal was. So, ich habe jetzt einfach mal als Finn geschrieben. Hi, hast du Kevins private Handynummer? Würde ihn gerne mal anrufen und mit ihm Brawl Stars spielen. Nachricht senden. Der Digger hat einfach geantwortet. Also knapp 8 Minuten später. Es ist jetzt 1.57 Uhr, hat gerade geschrieben. Hallo, ich habe seine private Handynummer und kann dir auch weitere private Infos von ihm geben. Ich habe ihm jetzt geschrieben, welche privaten Infos hast du denn noch von ihm? Weißt du, wo er wohnt? Okay, er hat jetzt gerade nochmal geschrieben. Ja, ich kann dir seine Adresse geben und seine Nummer, wenn du möchtest. Wie viel kostet es, wenn du mir beides gibst? Und woher soll ich wissen, dass die Daten stimmen? Da bin ich jetzt mal gespannt, was er schreibt. Oh, er hat gerade geschrieben. Du musst mir vertrauen. Er kommt aus *** und ging auf das ***. Das kann ich dir schon mal sagen. Mehr Informationen kosten Geld. Also, das, was er jetzt hier geschrieben hat, ist natürlich zensiert. Aber die Informationen stimmen tatsächlich. Ich frage jetzt noch einmal, wie viel alles kosten würde. Adresse, private Nummer. Und der dann, wer mehr, werde ich dann nicht weiterschreiben. Mir ist echt kotzübel, ich bin ehrlich mit euch. Ich schreibe jetzt einfach, wie viel kostet Adresse und Nummer. Und danach werde ich dem nicht mehr weiterschreiben. Weil wirklich, also ihr wollt gar nicht wissen, ich könnte gerade echt wirklich kotzen. 1200 Euro und ich verspreche, die Daten sind zu 100% echt. Nee, Digga, ich bin raus. Das Video kommt auch nur online, wenn ich es geschafft habe, bis dahin alles löschen zu lassen. Inzwischen wurde die Anzeige gelöscht. Kevin ist an dem Fall noch dran, herauszufinden, wer seine privaten Informationen verkauft hat. Drückt ihm die Daumen. Macht so etwas auf keinen Fall nach und bietet nicht private Daten von anderen Personen im Internet an. Ja. Vielen Dank.